Guten Abend. So viel Vielfalt, so viel Schönes, Unterschiedliches, was man hier heute Abend erleben kann. Oft genug ist es so, zu Hause gerade mit meinem Kind zusammen, dass man da sitzt und das Kind sagt, was machen wir jetzt, ist alles so langweilig. Und ich selber denke auch, ja, Mensch, irgendwie hat er recht und der Tag wird öde und öde. Und ich muss mir selber sagen, hey, auch wenn gar nichts im Terminkalender steht, rundum ist immer so viel los. So viele Bilder aus den paar Farben, so viele Lieder aus den paar Tönen. Mach dir einfach ne Geschichte aus ein paar Worten. Du kannst hin, wo du hin willst. Das ist da, um's zu nehmen. So ein tolles Gebäude aus den paar Steinen. So viel Zauberei mit den paar Zahlen. So ne Unendlichkeit aus nur ein paar Sekunden. Hol dir ab, was du haben willst. Das ist fertig zum Finden. Und beim ersten Mal ist es vielleicht am schönsten. Beim nächsten Mal wird es deshalb am schwersten. Aber jedes Mal ist es irgendwann vorne und der Schatten wandert mit der Wolke um die Sonne. So viele Gedanken aus den paar grauen Zellen. Kannst doch immer wieder tanken. Kannst dir neue bestellen. So ne reizende Kleinigkeit aus so ner groben Masse. Kannst das nachher nochmal umbauen. Tauchst ins Wasser, das wird klasse. So viele Spuren im Sand von nur zwei nackten Füßen. So viele Buster in der Hand von den Parkessen. So viele Tränen aus zwei Augen, die sich neigen. Ey, da spiegelt sich die Welt drin jetzt. Und der Himmel hängt voll Geigen. Und beim ersten Mal ist es vielleicht am schönsten. Beim nächsten Mal wird es deshalb am schwersten. Aber jedes Mal ist es irgendwann vorne und der Schatten wandert mit der Wolke um die Sonne. So ne tolle Aufregung nach so ner kleinen Möhe. So ein winziger Schwung hat, schon fliegst du in die Höhe. Eine Raupe auf der Haut, schon fängst du an zu träumen. Wer das sagt, ihm wäre langweilig, der träumt vielleicht versäumen. Und was ist im Buster? Was leuchtet im Dickicht? Du hast dir das selbst hergewünscht. Also erschreck nicht. Da drüben, der Schmetter liegt, der an den Zweigen hängt. Du kannst ja sehen, was du sehen willst. Und du weißt, wer an dich denkt. Und beim ersten Mal ist es vielleicht am schönsten. Beim nächsten Mal wird es deshalb am schwersten. Aber jedes Mal ist es irgendwann vorne und der Schatten wandert mit der Wolke um die Sonne. Und der Schatten wandert mit der Wolke um die Sonne. Und der Schatten wandert mit der Wolke um die Sonne.